hä hä der sieht actually gut aus hä den würde ich mir sogar holen glaube ich guck mal wie findet ihr den würde ich mir actually holen aber ich habe schon genug von denen eigentlich also die mit der Farbe hä aber der ist geil 64 Aura die pisse ich Digga das ist nicht das Problem Digga 45 Augen für ein Pullover das ist ja mittlerweile normal I guess nein ich pisse sie leider nicht